Hallo Michael, du hast gerade eine Session geleitet. Was war denn dein Thema? Ja, hallo Iris. Also das Thema war Inklusion und ich hatte den Satz gesagt, Inklusion ist noch nicht in unserer allernächsten Nähe angekommen. Okay, was für interessante Ergebnisse gab es denn jetzt bei deiner Session? Ja, das Problem ist immer bei diesem Thema, dass es in unserem Lande alles noch sehr verhalten geht. Die meisten Leute haben noch Schwellenängste, Berührungsängste, haben überhaupt keinen Kontakt mit Behinderung und sind sehr unsicher. Das heißt, es gibt viele Faktoren, die die Arbeit, die Bildungsarbeit mit Behinderten auch erschweren. Was würdest du denn Volkshochschulen für Tipps geben, die jetzt mit dem Thema Inklusion noch nicht so viel zu tun hatten, wie die sich langsam an das Thema heranieren könnten? Also da kann man natürlich auch nicht unbedingt so allgemeine Tipps geben. Also in meinem Fall war das so, ran an die Elterninitiativen, weil die Eltern meistens am stärksten sich für ihre Kinder auch einsetzen. Sie sind auch sehr präsent in vielen Dingen und bei allen Initiativen, die man so vorhat. Also man kann die tollsten Dinge anstellen dann. Okay, super. Danke für deine Information. Wir wünschen dir noch viel Spaß hier. Ja, bitteschön. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020